Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die legendären Pokémon, die man in Pokémon Karmazin und Purpur im zweiten DLC fangen kann. Nämlich alle 25 Stück, wie ihr diese freischalten könnt. Ich werde in diesem Video nicht alle 25 Locations zeigen, sage ich mal im Vorfeld, weil erstens wird es ein separates Video, weil 25 Locations ist ein relativ langes Video und zweitens will ich auch Leuten nicht direkt die Mischung, wie man es freischalte, plus direkt den Spoiler, wo sie stehen, weil ich wollte ja selber suchen. Ich meine, das Spiel erklärt euch ein bisschen was, also man kann sie auch selber ganz gut suchen, wenn man das möchte. Es gibt ja Leute, die vielleicht gerne das möchten. Deswegen packt ihr andere ein separates Video. Heute geht es, wie gesagt, darum, wie ihr diese freischaltet. Ihr benötigt dafür zuerst diese Person hier, Mr. Mampf. Diese müsst ihr freischalten. Bei mir war das so, ich habe die Story relativ schnell durchgespielt und nach dem Ende der Story stand er dann hier. Ich gehe sehr stark davon aus, dass man die Story durchgespielt haben muss, aber falls ihr vorher mal gucken wollt, ich bin hier bei der Blaubein Akademie im Eingangsbereich, ja, also einfach vielleicht mal gucken. Wenn bei euch Mr. Mampf schon hier kurz vorm Ende zum Beispiel steht, dann könnt ihr euch natürlich auch schon hingehen, ja. Aber da müsst ihr selber gucken, weil ich habe, wie gesagt, im Storyverlauf nicht darauf geachtet, ob hier ein Mr. Mampf gestanden hat. Aber den braucht ihr auf jeden Fall. Dann ist es so, dieser Mr. Mampf gibt euch sogenannte Snacks. Die findet ihr in der Tasche ganz rechts, ja, also in der Basis-Item-Tasche findet ihr diese Snacks hier. Die heißen auch immer so wie das Pokémon. Das heißt, mit dem Seekrom-Snack bekommt man halt dann ein Seekrom. Man findet es damit. So, diese schaltet ihr frei, indem ihr Missionen macht. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr auf den rechten Stick drückt, hier Missionen spielen. Immer habt ihr ja drei von diesen blauen, dann wird oben dieser Balken voll und wenn der Balken dann voll ist, dann bekommt ihr immer so eine von diesen besseren Missionen. So, für jede zehn Missionen, die ihr abschließt, bekommt ihr einen Snack. Ich hatte das mit Betty zusammen ausprobiert gehabt. Wir hatten das genau gleich zusammengespielt. Da nehme ich auch nochmal gleich zu, dass im Team es viel leichter ist. Und wir hatten verschiedene Snacks, also verschiedene Reihenfolgen der Legis bekommen. Also es klingt so, dass es halt nicht so ist, dass jeder nach zehn Missionen Zapdos bekommt. Ich habe zum Beispiel Lavados nach zehn Missionen als Beispiel bekommen als erstes. Könnt ihr mal gucken, immer in die Kommentare schreiben, was ihr als erstes bekommen habt. So, also so leuchtet ihr auf jeden Fall schon mal ab, wie ihr das Ganze freischaltet. Zehn Missionen, das geht dann bis 13. Ja, bei mir war das zumindest, war das bei mir so. Ich kann immer nur von dem reden, wie es bei mir war. Bei 13 gab es dann keine mehr. Ab 13 Missionen habe ich keine für die Solo-Missionen mehr bekommen. Das heißt, für die, die man alleine abschließt, also für diese blauen Missionen hier. Sondern ich habe ab, ab den, ähm, zehn Missionen, hat er dann gesagt, ich muss auch noch Gruppenmissionen abschließen. Die kann man vorher auch schon machen, dann das Michteste. Aber auf jeden Fall ist es so, bei uns ist es so, wir haben 13 Mal, dass man ein legendäres über diese Mission bekommen kann. Das heißt, ihr müsst insgesamt also 130 Missionen spielen. Dann bekommt ihr alle legendären Snacks, die man über die Solo-Missionen bekommt. Und es sind zwölf Gruppenquests. Wie laufen Gruppenquests ab? Gruppenquests laufen so ab, wenn ihr im Team zusammenspielt. Ja, also wenn ihr nicht alleine seid, sondern wenn ihr im Team spielt, läuft das so ab, dass ihr hier nicht nur eure Missionen seht, sondern ihr seht auch die Missionen eurer Teammates. Ich suche mal nach so ein Bildernblenden, da steht immer Shario und dann beispielsweise Betty drunter. Und dann habt ihr oben rechts stehen 0 von 3. So, das heißt, für jede dieser orangenen Quests, die ihr abschließt, die man nach zehn Missionen bekommt, bekommt ihr oben eine Eins dazu. Habt ihr drei orangene Quests gemacht, dann taucht eine Gruppenquest auf, die so gesehen so ein bisschen golden ist. So, das heißt, ihr müsst also 30 Missionen abschließen, um eine Gruppenquest zu machen. Und von diesen benötigt ihr zwölf Stück. Ja, ihr seht es bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bei Mr. Mumpf hingehe, dann sagt er, schau mal, wie du durch meine Missionen anstellst, Shario. Ah, okay, Belohnung willst, musst du dich mehr anstrengen. Bei Solo-Missionen gibt es wirklich alles. Das heißt, ich bekomme keine weiteren Pokémon über die Solo-Mission. Wie gesagt, ich hatte 13 Stück. Er sagt, ich brauche noch eine Gruppenmission, um einen weiteren Snack zu bekommen. Mir fehlen aber noch vier Pokémon. Das heißt, ich muss dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Die letzten vier fehlen mir dann noch. Und dann habt ihr, wie gesagt, am Ende diese ganzen Snacks, die ihr hier aufgelistet habt. Also, wie gesagt, es sind hier in der Tasche. Es sind 25 Pokémon, die man darüber bekommt. Ist ganz einfach. Wir haben hier Polaros und das Phantoros. Das fehlt mir zum Beispiel noch. Dakuma haben wir mit dabei. Aber nur einmal. Lunana und Solgaleo. Ihr seht sogar, die werden immer so sortiert, dass sie auch zusammengehören. Hier fehlt mir zum Beispiel Negrosma noch. Dann haben wir Kyrum, Cekom, Rechiram. Die drei. Dann haben wir Terrakium, Viridium und Kobaldium. Die könnt ihr auch alle drei bekommen. Auch die beiden fehlen mir jetzt hier noch. Dann Requaza, Crodon, Kyokre. Latias, Latios. Ho-O-Lugia. Suikun, Entei, Raiku. Lavados, Zapdos, Arctos. Also alle die, die wir im Vorfeld eigentlich gesehen haben. Diese 25. Diese hier kann man sich alle, wie gesagt, freischalten. Es hat nichts mit Edition spezifisch. Hier kann Purpur genauso wie im Endeffekt auch Kamesin, die sich freischalten. Wie findet man die denn jetzt? Ja. Es ist so, die stehen auf der Karte rum, nachdem man den Snack bekommen hat. Wenn ihr den Snack noch nicht habt, braucht ihr auch nicht hinlaufen. Dann wird er nicht da sein. Er muss so gesehen, oder er taucht erst auf, wenn ihr den Snack zu dem jeweiligen Pokémon bekommen habt. Dieser Mr. Mumpf hier. Der erklärt euch im Endeffekt, wo das Pokémon sich befinden soll. Ich kann euch das mal ganz gut als Beispiel, bei einem zeige ich euch mal als Beispiel, ja. Wir machen das so. Ich möchte nochmal hören, wo die Pokémon sind. Dann sagt ihr, okay. Er erklärt euch das erste Mal auch, aber habt ihr es vielleicht weggeklickt. Kein Problem. Dann erklärt euch die Anekdote nochmal. Dann bildet ihr das Pokémon aus, wo er euch erzählen soll, wo die sind. Ich will jetzt zum Beispiel von Latias das Ganze nochmal haben. Dann erzählt ihr hier, blablabla, das Latias, das habt ihr schon Latias gehört, dem seltenen Pokémon. Der ist immer der gleiche Satz am Anfang, voll nervig. So. Und dann sagt er euch, ich war noch ein kleiner Bursche, als ich einen des Tages rückenschwimmt das südliche Meer von Paldea konnte. Aber das heißt, ich muss schon mal auf der südlichen Seite sein. Nachdem ich eine Weile geschwommen war, überkam ich eine leichte Müdigkeit. Ich kehrte also an die Küste zurück, um mich im Schatten einer Felswand auszuruhen. Und wen erblickte meine müden Augen, just in a moment, Latias. Wir tauchten einig. Also, ihr wisst, auf jeden Fall, südliche Seite. Und es muss irgendwo sein, wo man sich ausruht, wahrscheinlich ein Strand und eine Felswand. So, das sind die Informationen, die er euch jetzt zum Beispiel zu Latias gibt. Wie gesagt, ich werde es bei dem einen Pokémon euch jetzt zeigen. Dann gehen wir jetzt nach Paldea, weil die sind alle in Paldea. So. Oder halt Kita-Gami. Also, auf jeden Fall hier in der Richtung, wo er halt immer sagt, wo die sind. So. Hier haben wir die südliche Seite. Ja. Ja. Nie ohne Säuferwaschen. Also, untere Seite. Das heißt, hier ist ein Strand. Hier ist ein Strand. Da ist ein Strand. Und im Endeffekt ist hier drüben orange. Aber das würde ich noch nicht mehr ganz südlich betragen. Das heißt also, die Strände haben wir als Möglichkeit. Sehen wir ja hier. So einen kleinen Strand. So. Wir gehen jetzt mal zum Beispiel zu dem hier. Ich meine, ich weiß, dass das da ist. Aber jetzt nur als Beispiel. Ja. Das heißt, ihr guckt die Strände ab. Können ja nicht viele sein. Das ist genau so, wie wenn da steht, das Pokémon steht auf dem höchsten Berg im Schneegebiet. Ja, da wisst ihr, was ich meine. Dann gib nur einen. Also, die sind wirklich relativ einfach zu finden. Ich werde aber nochmal ein Video hochladen, wie gesagt, wo alle Positionen sind. Aber das wird ein separates Video, weil es einfach zu umfangreich ist. Ja. Ich will euch ja auch die Koordinaten richtig ingame zeigen. Und nicht einfach nur eine Karte. Weil eine Karte kann man auch verfehlen. Ingame sieht man das. So. Ihr seht, wir fliegen jetzt hier Richtung Strand. Da unten ist jetzt auch schon gleich der Strand. Wir können jetzt auch hier mal die Flugfunktion nutzen. Ist ein bisschen entspannter. So. Und ihr seht, hier ist jetzt dieses, ja, das ist kein richtiger Strand. Das ist so ein Stück, äh, ja, Ecke hier. Und ihr seht jetzt, hier steht jetzt Latias. So. Wir haben hier eine kleine Felswand im Rücken. Wir haben hier, wo man sich ausruhen kann. Er ist geschwommen. Und dann haben wir hier Latias jetzt rumstehen. Den könntet ihr jetzt ansprechen. Und dann könntet ihr ganz normal den Kampf gegen ihn starten. Ganz wichtig als abschließende Wort, weil es nur dazu ist, sie sind shiny locked. Ja, also das ist die Information, die ich auf jeden Fall auf allen Seiten gefunden habe. Ob es jetzt Seribi war, ob es andere Seiten waren, ob es Leaker waren. Alle haben gesagt, die sind shiny locked. Ich gehe jetzt mal sehr stark von aus, dass sie es selber getestet haben. Habe ich es nicht, weil ich setze mich jetzt nicht hin und mache hier tausend Encounter, nur um zu gucken, ob sie shiny locked sind. Bin ich ganz ehrlich. Das, was Googlen ergeben hat, sagen die shiny locked. Aber nebenbei, mal ganz doof, Größenproportional. Das ist ganz schön klein, oder? So, Leute. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, ein Video zu der Location geht online. Entweder am 15., äh doch, am 15.12. nachmittags oder am 16., also den Samstag, ganz früh morgens, so 9, 10 Uhr. Dass ihr den Samstag Zeit habt, würde ich durchzuballern, wenn ihr Bock habt. Ich sage, vielen Dank. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.